Diese Tasche hier auf die Menschen, und jetzt hier eine Tasche auf die Öffnungen, wo das Experiment geht, mit einer wagenlosen Tasche, gell? Denkst du, wenn die Macke hier runtergelöst, damit man nicht so trinkt? Was? Das ist ein Schäumausglanz, ne? Das ist ein Schäumausglanz, das ist ein Schäumausglanz, okay. Sehen Sie was? Sehen Sie alles? Ich glaube, das müssen wir noch mal machen. Vielleicht am Freiwilligen, der sich hier auf die andere Seite stellt, oder sich dahinter stellt ein bisschen, da und so. Okay? Also Sie haben genau das Zählen hier. Das kann man jetzt berechnen, das kann man jetzt berechnen, das kann man jetzt berechnen, die Ausstellungsgeschwindigkeit, einfach mit bei Null.